Hallo und herzlich willkommen bei EZLUX. In diesem Produktvideo zeigen wir Ihnen die Installation der OFL Sun LED Strahler von EZLUX. Diese sind in verschiedenen Leistungsvarianten und Farbtemperaturen erhältlich. Das Sortiment wird durch die PL Sun LED Arbeitsleuchten mit Schutzkontaktstecker und Batteriebetrieb ergänzt. Die EZLUX OFL Sun LED Strahler sind geeignet zur großflächigen Ausleuchtung von zum Beispiel Schulhöfen und Außenfassaden. Bitte beachten Sie, dass die Installation ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften und Normen ausgeführt werden darf. Bitte berücksichtigen Sie hierbei die 5 Sicherheitsregeln. Bitte beachten Sie auch, dass in diesem Video ausschließlich die Montage der Geräte mit der eingeblendeten Artikelnummer beschrieben wird. Dank des ADF Spezialbügels Aufstecken, Drehen, Fertig ist die Montage auf einfache Wand, Innenecke oder Außenecke besonders einfach. Bitte nutzen Sie diesen als Schablone für den Befestigungsabstand. Die Montage sollte nur auf festem Ebenenuntergrund erfolgen. Die Betriebsspannung der OFL Sun LED Strahler beträgt 230 Volt Wechselspannung. Nach dem Öffnen des Anschlusskastens stecken Sie die Überwurfmutter und die Gummidichtung über das Netzkabel. Danach führen Sie dieses in den Anschlusskasten ein. Der OFL Sun LED Strahler wird gemäß Klemmenbeschriftung an der 230 Volt Phase, Schutzleiter und Neutralleiter angeschlossen. Danach verschrauben Sie den Anschlusskasten und drehen Sie die Überwurfmutter der Kabelverschraubung fest. Nun ist der OFL Sun LED Strahler einsatzbereit. Jetzt kann die Nettspannung wieder zugeschaltet werden. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf easylux.com Und dann können Sie die Nettspannung wieder zugeschaltet werden.